Ausgemacht. Der sinkt nicht. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Außer die Maschine ausschalten. Auf was steht deine Geschwindigkeit? Ist die Geschwindigkeit auf das, was er haben soll? Ja, 160. Hab ich sie. Und der ist bei 200. Und jetzt steigt der. Der steigt. Das kann doch alles nicht sein. Was hat der eingestellt, das Höhe? Unten. Was zeigt er dir auf deinem Höhenanzeiger an? Flight Level 40. Ja, Flight Level. Ja, Flight Level 40 ist dann doch ein bisschen hoch. Nein, ist ja nicht 400, sondern 40. Achso. Ja, mach mal das Flight Level raus. Ah. Hab ich jetzt gerade. Oh Mann, ey. Lass das an dem Scheiß Flight Level, dass ich die, dass ich die Baro Anzeige noch auf Standard hatte? Echt jetzt? Das wäre, dass der macht, was er will? Das kann doch nicht sein. Das kann doch jetzt nicht sein, oder? Scheinen wir doch. Nur weil ich, weil ich die Baro Anzeige noch auf Standard habe, macht der, was er will, selbst mit ausgeschaltetem Autopilot und alles aus, fliegt der, steigt der plötzlich und macht nur noch dummes Zeug. Hört sich plausibel an. Ne, finde ich nicht plausibel. Finde ich ziemlich scheiße. Mann, ey. So, letzte Kurve. Wer hatte eben gesagt, dass er früher da ist? Ich werde verrückt, ey. Zehn Minuten Verspätung weinst du, gell? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt bin ich so hoch mit dem Sitz, dass ich gar nicht mehr sehe, was der Autopilot macht. Overspeed. 2500. Overspeed. Overspeed. So, ALS-Signal. Köh, köh. Bei dir hatte er, ne, du warst, du warst im Weltraum. Boah, hattest du. Kollege. Ja. Der macht nicht, was er soll. Oh, bei mir geht die Alpha rein. Ich kriege die Frage, jetzt schalte ich die Kissen ab. So, da hast du jetzt was vor. 100. 50. 2. Ja, mit aufgeschalteter Maschine gelandet. Bitte klappen Sie Ihre Tische wieder nach oben. Was? Der, der, der Alpha, dieses Alpha-Dinking wieder rein, wo er Vollgas gibt. Ah. Toga. Das ist doch diese, 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 diese Sicherheitsdinger, die sie jetzt hier drin haben, der Scheiß. Ja. Ach so.